Also ich frage mich, warum man so eine Terrorgruppe wie Boko Haram nicht einfach in die Luft sprengen kann, wenn sie in der Moschee sind und ihr tägliches Gebet sprechen, weil sie Muslim sind. Da könnte man doch einfach eine Drohne, die bewaffnet ist, mit einer Rakete. So können wir doch einfach die Moschee, in der sie gerade im Predigen sind, in die Luft sprengen und schon von Boko Haram in die Luft sprengen. Und so war das Problem mit den Terroristen endlich gelöst. Also ich weiss nicht, warum Donald Trump noch nicht auf die Idee kam, dass man die Terroristen von Boko Haram nicht einfach auch in die Luft sprengt. Also ich würde das so machen. Hoffentlich wäre ich der nächste Präsident, wenn Donald Trump abgebaut wird. Er ist jetzt momentan in einem Impeachment. Und wenn die Demokraten Glück haben, bringen sie zwei Drittel Mehrheiten hin. Und dann wäre er Donald Trump abgebaut. Aber wahrscheinlich wäre Bloomberg der nächste Präsident, weil er noch 50 Milliarden auf der Seite hat. Und die Wahlkunft begann, dass ich so alleinstehen kann. Man altart sich vorne an. Von L Jung Wie